Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die ewigen Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort. Vielen Dank.